Und Map-Variationen, Alter. Schlimmer geht immer. Aber das Gute ist, der Killer denkt sich das auch. Die Treppe hoch kannst du nicht schießen, mein Lieber. Ich zieh ihn mal weg. Auf die Tricks falle ich nicht rein, mein Lieber. Okay, drei Parabit. Verzeihung, vier, sechs. Hänger! Hänger! Wenn Jen fertig wird, blockiert der andere. Ich hab' mich gesehen. Oh, Aeth kommt. Geht da weg von mir. Geht auf den Tunnel. Jetzt wird's langsam schitzig. Ich hab' den Verlauf. Das Gute Fähigkeit üben und aber nochmal Pyramid Head. Hä? Ich hab' den Parallel mit Pyramid Head, ne? Ich hab' den Parallel mit Pyramid Head, ne? Oh mein Gott! Ich lieg' direkt an meiner Klüffe. Hey, drei Gents. Schmack euch! Und ganz! Der wird mir so dermaßen raus, so ne? Der Typ. Hahahaha. Er geht hinter mich, zu den Zweien. Nur soviel Notfall. Jaja, er zieht seine Kreise um mich. Hinten bei der Scheck? Äh, das ist glaube ich die Scheck. Ja, muss die Scheck sein. Ace, du tötest mich. Hör auf damit. Mach den Gen. Oh, der Ace tänzelt hier rum. Oh mein Gott, nein. Ja, er geht weiter auf den Tunnel. Das Problem ist nur, ich werde hier jetzt nichts mehr haben. Boah, hohohohohoho. Ja. Schön. Wow, einfach nur wow. Ey, Ace, das hättest du dir echt sparen können. Er geht zurück zu Ace. Na klar, weil dadurch kriegt er jetzt wahrscheinlich einen 2K. Ah, er ist einfach vollidiot der Typ, ey. Ja, wegen dem Schaffrisch Minus. Fuck jemand. Hi Don. Hi. Ich glaube Adra, alles gut. Ja, ich auch. Er wird campen. Da braucht er gar nicht weggehen. Ich guck mal. Ja, ja, der bleibt da. Glaub ich. Brina nicht. Geh zum Tor. Geh raus. I'm working on that. Belohne ihn nicht fürs Campen. Nein, nein. Ich muss mal gucken, wo das Tor sind. Wo die Tore sind. Links von dir. Da. Ach, das ist das Tunnel. Ja. Wenn, ich meine, ich, ich campen auch. Du kannst abpucken, du kannst abpucken, du kannst abpucken. Arschgeilge ist bei mir. I'm running. Ich bin laut. Ja, ich sehe. Er geht zurück. Ja, der Acer hat aber auch Adra. Er hat mich gesehen. Das ist der Maprand, Brina. Ich weiß. Ich weiß. Ey, es macht was von Jesus. Er ist am Tor. Links von dir. Aber es wird nix. Oh, okay. Oh, okay. Oh. Ah, ist geiler. Der hätte nie einen Vorkehr kriegen dürfen. Nee. Nope. Das ist das Problem. Campen funktioniert. Ja. Das wird nix bringen, Acer. Er zieht seine Fähigkeit auf und dann liegt ihr beide. auf und dann geht es mit uns. Ah. 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 Äh, aber was willst du machen? Also der Wabbel-Blum? Ah. Ich weiß nicht. Ach so. Ah. 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 Ja. Ah. 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 Jetzt kommt's runter. Aha. Ach nein. Komm schon. Sprüche. Ach, Dion, was kannst du eigentlich? Also ich behaupte mal, der Ace hat es geschmissen. Er hätte nicht da rumtänzen dürfen und vor allen Dingen hätte er mich nicht abhucken dürfen. Er hätte mich einfach durchhängen lassen, sondern sich an den Jön kleben. Ja. Please! Ah! 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 Guck mal, der hatte Tinkerer und hat es nicht einmal genutzt, weil er immer nur bei mir auf den Tunnel gegangen ist. Ja. Ja. Ah ja. Was willst du machen? Es ist nicht verboten. Ja. 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 Ja.